Hallo und herzlich Willkommen zu der neuen Ausgabe von Duke 3D. So. Warum hör ich nix? Ja. Muss ich das auch spielen? Jo, scheinbar. Ja, ich hab ja noch Gottmodus angeschlafen, also das würde ich ja nicht. Ich denke, das ist das Gewinn. Wo ist denn der? Ja, ich hab ja noch Gottmodus angeschlafen, also das würde ich ja nicht. Ich denke, das ist das Gewinn. Wo ist denn der? Oh. Oh ja. Jetzt können wir erstmal in den Supermarkt was kaufen. Ach so. Ich hab die Folge hier schon mal aufgenommen. Aber ich hatte vergessen aufzunehmen. Wo ich halt aufgenommen habe. Beziehungsweise... Ähm, ich hatte vergessen, die YouTube zu speichern. Ne, für nicht. Ah, viel besser. Wenn ich auf der Toilette war, das ist ja wohl schon klar. Wo ist denn? Ja. Da gibt es hier nichts mehr. Wo ist denn? Ja, nein. Jetzt gehen wir bei den Frauen gucken und machen wir das Setel. Warte! Ich bin schon ein bisschen weg. So. Ne, wir fangen oben an und arbeiten uns nach... Haben wir die... Ach so, jetzt sind wir hier. Der ist cool. Ne, was? What? Komm, geh da! Ach, das kann man... Scheiß Porno, das braucht keiner. Arschloch, erschreckte mich. Meine Güte. Also, das hat mich jetzt so erschrocken, dass ich jetzt rum... mach. Eingesammelt. Ah, der ist so schrecklich. Groovy... Ah, das sind so schrecklich. Groovy... Oh, die ist gut, aber die ist das beste. Jetzt haben wir die blauen Schlüssel. Lang lebe Gott. Muss ich mal jetzt... ach, 4 Minuten erst? Wir haben ja vor der Ewigkeit. So, jetzt müssen wir uns gegen Schuss holen und lassen wir gleich schon weiter die Infants von Chutnook und Heidi. So, jetzt hoffen wir etwas drauf. Galump! So, wo ist denn der Gullideckel? Nehmen wir erstmal 5. Rüsten uns aus. Ach, der ist ja hier. Ähm, hier. Oder so. Heute drunter zu gucken. Gleich kommt ein T-Interview. Ja, die wäre im Leben einer wieder berüchtig geworden. Die alle. Deswegen hör mal als Schuss. Aber jetzt ist es geheißen. Und ab nach oben. Zum Glück habe ich das Licht nicht, ähm, zerstört. Ganz braun. Zum Glück habe ich den König. Der König. BABY BOOCHE LET ME IN BABY You wanna dance! M Mode doch doch ganz schön lange ausdauer hatten die Ebenen das hätten die Rüstung erlte die Klinik da kommen wir gleich hin da waren da sind wir alles klar groovy ja Geht doch! Oh, Jesus! Ja, piece of cake. Groovy. See you in hell. You wanna dance? You wanna dance? Christmas. Yeah, piece of cake. Damn, I'm good. Yeah, piece of cake. 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 Yeah, I'm good. Yeah, piece of cake. This is Eevee to find out. Yeah... That's kind of waiting for you. sehen und bis zum nächsten Mal